Royal Insider verraten, wann genau Prinzessin Kate nach dem Photoshop-Fiasco zurückkehren wird. Die Prinzessin von Wales wurde in den sozialen Medien heftig beschimpft, nachdem sie zugegeben hatte, ein Familienfoto bearbeitet zu haben. Prinzessin Kate erholt sich gut und wird bis Ostern zurück sein, sagten königliche Insider und fügten hinzu, dass sie den Photoshop-Streit unbedingt hinter sich lassen möchte. Die 42-jährige Prinzessin von Wales war Gegenstand einer Flut von Missbrauch in den sozialen Medien und grassierenden Verschwörungstheorien, nachdem sie öffentlich die Schuld für das am Muttertag veröffentlichte Familienfoto auf sich genommen hatte. Auf dem Bild saß die Königin auf einem Stuhl, umgeben von ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Es löste jedoch Kontroversen aus, nachdem mehrere Bildagenturen das Bild wegen Bedenken, es sei digital manipuliert worden, zurückgezogen hatten. Die zukünftige Königin entschuldigte sich am Montag für etwaige Verwirrung, die das vom Kensington Palace veröffentlichte Familienfoto verursacht haben könnte. Insider warnten jedoch davor, dass die wilden Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren, negative Auswirkungen auf die künftige Königin hätten, und forderten die Öffentlichkeit auf, sie in Ruhe zu lassen. Die Gerüchteküche, insbesondere in den sozialen Medien, ist außer Kontrolle. Sie muss in Ruhe geraten, aber Karte erholt sich gut und wird bis Ostern zurück sein. Sie muss einfach in Ruhe gelassen werden. Ein anderer Insider äußerte Bedenken hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens der Prinzessin. Sie sagten, ich mache mir Sorgen wegen der ganzen Aufmerksamkeit, die Catherine zuteil wird. Sie sah am Montag im Auto überhaupt nicht glücklich aus. Trotz des wachsenden Drucks auf die Veröffentlichung des Originalfotos hat der Kensington Palace unterdessen erklärt, dass er das Originalbild nicht erneut veröffentlichen werde. Den neuesten Berichten zufolge wurde das Bild am Freitag und Samstag auf einem Apple Mac Computer zweimal in Photoshop bearbeitet, bevor es am Sonntag veröffentlicht wurde, so BBC Verify. Es ist nicht bekannt, ob diese Versionen auf demselben Gerät gespeichert wurden. Die erste Version wurde am 8. März um 21.54 Uhr gespeichert, die zweite am 9. März um 9.39 Uhr. Die Analyse des Daten- und Forensikteams von Sky News ergab, dass das Foto in Adelaide Cottage mit einer Canon EOS 5D Mark IV Kamera mit einem Canon 50mm Objektiv aufgenommen wurde. Es wurde nicht bestätigt, wann das Foto aufgenommen wurde, aber der Palast sagte, es sei Anfang letzter Woche von Prinz William aufgenommen worden.